Eine Sache, die ich gerade als Deutscher in China besonders mag, sind die öffentlichen Toiletten. Hier haben wir eine relativ neu gebaute Stadttoilette am Straßenrand von Shenzhen. Und was denkt ihr zahlt man hier? Ein Euro? Zwei Euro? Nein, man zahlt hier nichts. Hier kommt Seife und Wasser gemischt raus, kurz danach kommt reines Wasser raus. Zugegebenermaßen, das ist nicht repräsentativ für ganz China, aber ey, es ist kostenfrei und zwar überall in China.